man people don't even read the signs man we haven't seen one of these for miles okay dude you have to use the bathroom no it smells real bad no shit seriously you better go now I don't have to go jeez can I just pee on a tree as long as you don't mind the poison ivy on your balls well maybe I'll go but don't let me get stuck in there don't worry I call the forest plumbers if you fall in I don't know if you have to go to the toilet and public toilet that is so gross these are worse than the ones at school especially after you use it yeah raststätten toiletten öffentliche toiletten that is already pizza then a chili dog then a cheeseburger pretty deep picasso and a melt shake this can be hard to live in the bathroom this is a toilet here is a snizzle let's see let's see I can't even call this I would like to call this I would like to call this it looks like it could not be able to call this Sean? look how big these trees are eh that's only because they need the sun besides they'll protect us from the rain what if they don't what if they attack us aren't you mr. minecraft I thought you loved the forest and watch you build giant cities out of logs I did I did I built the best city ever I built the best city ever oh I can use my ass to chop up some wood then we can build a secret base smittering in life is strange well sounds like you're ready for the woods lead the way live in the woods hey what wow that place is huge yeah it's not cool oh beer yes boom hey Sean I found babies we don't have much this is better than nothing we don't have much this is better than nothing not these ones come on I'm starving one won't hurt yeah I could you better listen to me I'm starving I can't tell you how to do now I just can't I just can't Mann, was machen wir hier? Wo gehen wir? Hmm... Der Riefer muss ein bisschen weiter sein. Schauen wir uns. Toad Springtail und das andere war... Picknick area. Ok, ich werde erstmal das Picknick area gehen, oder? Ich wünsche... Da sollen wir hier nicht zu lange uns aufhalten. Eat Mankind und Animals. Oha. Picknick und nur was zu essen rum. Ich kann mir hier irgendwas mitnehmen irgendwo. Und dann durch mal, ob jemand... Was hat verändert in der Verpackung? Irgendwas rumliegen lassen. Milch zur Warnung. Was? 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 Bers? Oder Coyotes? Oder... Or... Just don't bug them and they won't bug us. They're way more scared of us than we are of them. Unless they're angry or hungry. Okay, come on. Don't freak yourself out. Let's go. Let's just hope that doesn't happen while we're here. What happened if someone actually catches us? Willkommen in unserem Park. Keine Drogen, kein Müll, kein Jagen, kein Feuerwerk, keine Feuerwaffe, kein Graffiti, kein übertriebener Lärm, kein verfluchter Spaß. Darunter gekritzelt. Berufen Sie 911 an noch verdächtige Aktivitäten zu melden. Genießen Sie Ihren Beruf. Besuch im Park. Nächsten kann ich heute auch nicht. Wenn wir... Wenn wir ertappt werden, dann haben wir andere Probleme. Ja. Ich bin so tired. Es fühlt sich wie wir nicht gehen. Wie soll ich uns hierher beschäftigen? Ich weiß gar nicht, was passiert da hinten. Mit dem Mann? Oder Daniel? Wie kann das sein? Woah. Look at that. Ja. So cool. Ich habe nie gesehen, dass du so jocked up über eine schöne Bühne gesehen hast. So? Ich habe noch nie gesehen wie das. Never, ever! Ja. Ich glaube, du hast nicht. Ich erinnere mich... Dad. Ich hoffe, Dad wäre hier mit uns. Ich hoffe, Dad wäre hier mit uns. Ja. Jetzt ist es nur du und ich. Okay? Ja. Es ist unser Park. Wir können alles machen. Wir können alles, was wir wollen. Das stimmt. Okay. Also... Wir müssen ein secretes Basis bauen. So können wir für die Nacht schenken. Sind Sie bereit? Ja! Ich kann alles bauen. Wir müssen nur ein paar coolen Blöcke hierher finden. Und wir sind vorsichtig für unsere Creepern. Ja. So sieht's aus. Und genießen wir mal ein bisschen den Life is Strange Moment. Mal ein bisschen rumsitzen. In demadows chrumpen. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, let's go. Okay, let's go. Pssst. Dritte Moral. Eben gerade gesagt, nicht nehmen. Und das Bier nicht essen. Und selbst essen. Naja. Oh, Sean. Let's play hide and seek. Bet you can't find me. Oh yeah? I'll give you 10 seconds to find a hiding spot. And then you're toast. Turn around so I can hide. And don't look. A little spiel. Of course. One, two, three, four, five, six. I won't lose. I won't lose. Damn. Let's go. 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 Whatever. Death's life is strange is bad. It tells us to go straight. Wow. Someone, did you see that? Oh. I had to slaughter the Hier, Chitty, Chitty! Hier, Chitty, Chitty! Awww, dieser Raccoon muss starving. Raccoons sind viel smarter als wir. Er findet mehr Essen. Was ist das Raccoon mit dem Raccoon? Mit dem Weg auf der Straße? Hey, nicht darüber nachdenken. Vielleicht sind sie nicht brothers, wie wir. Das macht mich schuld. Dann geht's wieder hoch. Das ist eine Wegmarkierung. Er hat rutscht. Okay, wir sollten hier nicht weitergehen. Komm jetzt. Wir wollen hier nicht feststecken. Immer lieber den anderen Weg. Was? Ich habe keine Ahnung wo wir sind. Was ich mache. Das wäre so meinsam im Wald. Ähm, wer kommt noch? Oh nein. Und wir hätten dir noch mal helfen müssen. Ich liebe diesen Ort. Ich will nicht bleiben hier. Ich weiß, Daniel. Ich verstehe. Aber wir werden nicht hier lange. Ich versuchte. Sean, ich schaufe. Ich weiß nicht. Wir müssen uns weitergehen? Nein. Ich weiß nicht. Ich muss noch ein bisschen. Plus, der Sonne geht runter. Wir müssen unseren Campingplatz für die Nacht finden. Ist das cool mit dir? Das musst du auch noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir müssen uns aufhören. Ein Fohlenest. Ich weiß nicht. Wir müssen uns nicht helfen. Ja, komm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Okay, wieder ein Weg. Gammlung. Er will dort lang. Wir müssen dort lang. hähn. Ähm. Hoffentlich finden wir gleich eine Unter Reach. In ein kleines Ölchen wo wir uns für die Nacht unterstellen und vor Regen und weiterem Naturgefahren schützen können. Nimm alles. Die kann sich kein anlegen. Kleiner Held. Es ist etwas Spookier. Nein. Eigentlich... Es ist etwas perfekt. Für was? Für uns, Mann. Für uns, Mann. Wir werden dort bleiben? Ich weiß nicht. Komm schon, Daniel. Schau, das könnte sein... ... unser secret Base. Hmm... Wir können mit irgendwelchen Skeletern oder Creepern mit ein paar guten Trappen. Cool. In diesem Fall... ... wir müssen erstmal ein Feuer gehen. Genau? Genau! Ja! Uh... Was brauchen wir? Ja! Du bist jetzt langer... Ja! Ich... Ich... ... muss dich, ein Camp zu bauen, um alle diese... ... Creepern und... ... was auch was. Wofür ich euch um... ... und ich würde mich um... ... dafür... ... und ich würde mich um... ...hängen... ... und verhindern... Ein Körper macht Geräusche. Ich weiß nicht, ob man das im Mikro gehört hat. Die Decke bzw. die Decken sind echt gold im Herd. Gut, dass wir die angesteckt haben. Man hat gesagt, er soll auf das Camp aufpassen. Wir gehen für Hülzemen. Tja. Schießerei in Süd Seattle. Okay. Hey Mann, unsere Base wird großartig sein. Oh, was? Komm! Mal schauen, hier ist ein guter Ort. Wo wir die Flasche benutzen. Können wir wahrscheinlich nicht. Wir haben gar keine so blöde Idee. Müssen wir hoch zur Quelle uns da mal ein bisschen. Die Flasche mit Wasser auffüllen. Ich sollte zuerst schauen, was... Es wird langweilig. Okay, Reads wird frei. Readscheid. Readscheid. Ein wundervoller Ausblick. Wundervolle Momente im Wasser. Kurz mal genießen. Meinst du, ich würde noch... Meinst du, ich würde noch... Kleiner Stock. Oha. Oha. Wundervolle Landschaft. Hier haben sie eine tolle Unterkunft mit... Tollem Ausblick. Auch aus der Höhle heraus. Kann man echt toll gucken. Das ist echt nicht mies. Der geht aus der Höhle raus. Waffenablage. Es ist... Es ist da. Ich fühl mich hier aus. Der Sonnenaufgang. den Sonnenuntergang, den Aufgang am nächsten Morgen. Fällt es, wird einer auf den Rucksack aufpassen nach oben oder auf das Zeug? Na gut, zeich nur noch ein bisschen, hier ist ja keiner. Diese wunderschöne Landschaft, das wir mal zu Papier bringen. Okay, got it. Ja. Ja. Aber ich kann noch mehr Details, wenn ich nicht. Du kannst hier eine wirklich cool Forte. Ich habe genug gesehen. Es ist Zeit für mich jetzt. Mit dem kleinen drauf. Ich habe nicht memorisiert, was ich schreibe. Ich muss einen Blick nehmen. Schaut, ich... Oh. Sorry, Mr. Fisch. Cool. Ich denke, ich bin bereit, das zu schreibe. Was ist nicht mit dazu. Was ist jetzt? Diese sieht ebenfalls wie ein friedliche Memorien. Es ist ja fast. Hmmm. Nicht so wie die. Ich habe keine Skizze gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich werde es nicht schlafen. Dann bringen wir es ihm bei. Das ist ein Böder, nicht eine Rache. Hier, du musst eine Rache flat. Begge es so. Schau mal meine Hand. Boom. Okay, ich verstehe. Mein Geil. Begge es mit deinem Hand und Fingern. Und schnau deine Brühe als du siehst. Almost. What did I do wrong? Not bad. Give it another try. So close. Don't worry man. The current is just too strong here. We'll try on a lake next time. Deal? Deal. He thinks we're just going on a trip. I can't imagine when he'll find out what really happened. I'll go back to the store here. I don't think that was that. That was that. That was that. To be arrested. We'll be in the soon. Now that's a fort. Good work little bro. Untertitelung. BR 2018